Kennst du das? Wenn du über einen Witz lachst, obwohl du ihn nicht verstanden hast? Ey, ich kenn einen geilen Witz. Will Neutron in nem Club, sagt der Türsteher. Heute nur für geladene Gäste. Ich versteh ihn überhaupt. Ich versteh ihn echt nicht. Kennst du das? Wenn dir der passende Konterspruch ist, nach zwei Minuten ein Feld. Alter, wenn mein Hund so ein Gesicht hätte, würde ich ihm den Arsch rasieren und ihm beibringen rückwärts zu laufen. Du Kackboden. Kennst du das? Wenn du aus der Haustür gegangen bist und dir nicht mehr sicher bist, ob du alles ausgemacht hast? Hab ich eigentlich den hier raus gemacht? Egal. Kennst du das? Wenn du Gegenstände anschreist, weil sie nicht das tun, was du willst? Kipp um! Los! Fall um jetzt! Los, umkippen! Los! Mann, das klappt doch eh nicht. Kennst du das, wenn die Banane zur Banone wird? Hey Mann! Hey! Willst du eine Banane? Ja, ja, klar. Alter! Das sind Bananen! Kennst du das, wenn du gegen Gegenstände schlägst, weil du dich an ihn gestoßen hast? Ich bin wieder zu Hause! Endlich ins Warme! Ah! Ah! So ein Scheiß! Immer passiert mir so ein Kack! Ah! Fuck! Okay! Oh ne, Henrik! Nicht schon wieder! Kennst du das, wenn dir das Video gefallen hat? Da einen Daumen hoch gibst! Und auf Abonieren drückst! Henrik! Abscheiden! Ich kenne einen geilen Witz! Ja! Ich musste voll lachen, weil ich da... Mein Henrik hat mich so schockiert angeguckt! Ey! Ich kenne einen neuen Witz! Neu... 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 Was macht ihr denn da? Oh, ist neid draußen! Ey! Ich kenne einen geilen Witz! Wen... Feiert! Den Neutron in die Bar... Wenn Neutron in den Klob sagt... Nein, sagt der Tücher den Begladiger! Ja, jetzt mach... Ey! Ich kenne einen geilen Witz! Wen... Ey! Ich hab den Witz schon wieder vergessen! Kennst du das? Wenn du Gegenstände anschreibst, wer sich nicht das tun, was du willst?